Glaubst du, du würdest im Wald bzw. in der Wildnis mit deinem jetzigen Wissen überleben können? Im Prinzip glaube ich das durchaus. Ich glaube, wenn ich ein Messer hätte und wenn ich vielleicht noch einen Feuerstein hätte und vielleicht noch einen Rucksack, damit könnte ich eigentlich, und natürlich meine Klamotten am Leib, damit könnte ich, denke ich, schon in der Natur überleben mittlerweile. Im Notfall kann ich das auch ohne, denke ich, weil ich bin halt in der Natur aufgewachsen bzw. ich weiß auch, was man essen darf, was man nicht essen darf, an Pilzen usw. und an Pflanzen. Und im allerhöchsten Notfall, ich kann Bogenschießen. Also ich habe in meiner Schulzeit mal Bogenschießen gemacht und da könnte ich durchaus hergehen und könnte mal mir im Notfall auch noch kleine Tiere schießen oder sowas. Fallen stellen kann ich auch. Ich kann auch selbst Fallen bauen, wenn es nichts allzu aufwendiges ist. Also ich denke, ich könnte in der Wildnis schon überleben, wenn es sein müsste. Gut.